Das Gasthaus Engel in der Vorarlberger Bodenseegemeinde Hart ist weit über die Landes- und Staatsgrenzen hinaus bekannt als Ort exzellenter Esskultur. Das alteingesessene Restaurant besteht bereits seit über 400 Jahren und wird seit 2008 vom Spitzenkoch Klaus Pleyfer erfolgreich geführt. Hochwertige Produkte aus der Region kombiniert mit traditionellen und kreativen Rezepten sind das Erfolgsgeheimnis der kulinarischen Institution im Ländle. Hier werden hauptsächlich Produkte von Kleinbauernhöfen oder frische Fische direkt aus dem Bodensee serviert. Die Käsespezialitäten kommen aus dem Bregenzerwald, wo zahlreiche namhafte Käsereien ihrem Ruf mit jeder Kreation aufs Neue gerecht werden. Bei Ihnen mischt sich schon die Neugier mit Hungergefühl? Ausgezeichnet, denn das Gasthaus Engel lädt dank modernem Ambiente im Lokal- und Gastgarten sowie seiner bezaubernden Lage zu mehr als zum Verweilen ein. B-TB-Engel-Hartartarty B-TB-Leftarty Untertitelung des ZDF, 2020